Das ist Maximilian. Maximilian ist Rennfahrer und auch abseits der Rennstrecke viel im Auto unterwegs. Im Frühjahr leidet Maximilian häufig unter Pollenallergie. Seine Symptome werden durch sogenannte Allergene ausgelöst und können besonders gefährlich sein, wenn man am Steuer eines Fahrzeugs sitzt. Denn schon bei einer Geschwindigkeit von 50 kmh kann Niesen dazu führen, dass man für etwa 12 Meter blind fährt. Maximilian kennt sein Auto gut und weiß, dass ein Bremsweg bei 50 kmh in Gefahrensituationen etwa 14 Meter beträgt. Man muss kein Mathe-Genie sein, um sich auszurechnen, dass das ganz schön schief gehen kann, wenn er dabei auch noch Niesen muss. Herkömmliche Pollenfilter helfen Maximilian bei seinem Problem nicht weiter. Denn Pollen platzen auf ihrem Weg in den Fahrzeuginnenraum häufig auf und setzen ihre Allergene frei. Diese Allergene können dann ihren Weg ins Innere des Fahrzeugs ungehindert fortsetzen. Maximilian muss also trotz Pollenfilter niesen. Zum Glück hat der Mann-Filter-Innenraumfilter Freshers Plus eine spezielle Beschichtung mit natürlichem Polyphenol, die Allergene wie in einem Käfig einfach ankettet. So kann Maximilian in seinem Fahrzeug künftig auch während der Pollenzeit befreit aufatmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.